hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu crashlands endlich den boss geschafft in letzten folge das war eine ganz schöne quälerei wir haben ordentlich tränke und wir haben auch noch blumen die werden wir jetzt mal einsammeln ich würde die roboter hier lassen die generven mich ganz schön so fünf mal fünf können wir die großmann so weit reicht die wasserbombe das heißt wir stellen noch und mit circa 15 mal gucken mal in einer sechs stück herstellen weil wir nicht genügend holz haben also merke in dem spiel immer alle quest machen sonst läuft so dumm rum hätte ich das mal ein bisschen früher gemacht und hier können wir auch noch was pflanzen da sind noch zwölf ich habe mich eingebaut jetzt setzen erstmal die verbleibenden pötte kommen runter jungs kommen hoch jungs das war's so kommen die drei wir lassen dass wir lassen dass hier immer fünf lang so sollst du vielleicht aus der werkbank rausnehmen es wäre ein trick war sehr schön oh das langt nicht und nur vier weit oder ich habe mich weiter rein stellen müssen ja genau so jetzt sind mir auch die damen hier ausgegangen jetzt warum läufst du mal nach links ich drücke den knopf nach a und er rennt darüber weil er dem anderen einen schwarten will dem tinnen fisch wahrscheinlich so aber ich habe hier noch was gesehen als ich gerade am bauen war denn wir haben ja so einen komischen kopf bekommen den setzen wir hin gabsteine setzen wir nicht das ist traurig genug alles was macht der kopf gar nix aber eine erinnerung an den boss dass ich den geschlagen habe ich habe den boss geschlagen nenne ich zwar auch viermal aber darüber reden wir so was haben wir denn hier da können wir tierungen nennen das ist quatsch und heiltränke haben wir echt auch genügend wir sind eigentlich ganz gut ausgestattet jetzt was das angeht so wir haben immer noch offene quests von denen ich weiß wann ich die wie machen muss dieses scattering müssen wir bauen das ist dieses haben wir hier naja ist gut ähm ich habe noch ein bisschen das schwert ne uns fehlen wieder diese zungen ähm wir gucken jetzt einfach mal auf die map wo wir noch sachen vergessen haben nicht dass wir deswegen sachen nicht machen können hier unten zum beispiel schäpli ok ok sorry mein englisch ist hier nicht gut genug dass ich das verstehe deswegen versuche ich immer ein bisschen stehen zu lassen wie die die englisch können die können es dann lesen aber was i'm getting pretty good at handling wombits and good extra leather also irgendwie kriegen wir extra leder von diesen wombits hier crafting roots geil wir haben noch eine neue quest na super nehmen wir unten die quest auch noch gleich an einfach alles annehmen und entanglemente ring mhm und entanglemente ring mhm 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 ними nicht abbauen. Das verstehe ich nicht. Was mache ich mit diesen Dingern? Die kann ich auch nicht abbauen. Oh. Ist gut. Tut mir leid. Was war das? Price complete. Okay. Back to Ollie. War das der hier oder der hier oben? Der da oben. Das sind die ganzen kleinen Quests. Das habe ich alle ausgelassen. Das war wirklich dumm. Was kriegen wir jetzt? New Quest. The Ball Opa. Ist das? Da. Warlop. Was ist der Warlop? Ich kenne die Viecher nicht. Bist du ein Warlop? Ist kein Warlop. Das ist die Hedgling. Du bist ein Butterfly Drone. Irgendwie angezeigt. Wombat. Nö. Wombat. 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 Weißt du was? Warum ist der orange? Der ist doch auch bestimmt wichtig. Komm mal hier runter. Müssen wir mal kämpfen. Oh no. Geplatzt. Dorein. Da war ich ein bisschen zu übermütig. Jetzt aber. Hmm. Ui, da hat er mich getroffen. Nein, hänge fest. Jetzt kommen zwei auf mich. Lass mich doch mal in Ruhe. Toll, jetzt habe ich auch noch die Biene hier getriggert. Oder dieses Leuchtdürmchen. Oh Mann. So, wir sollen aber hier so ein Wombit noch finden, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ah, super. Oh, schon wieder geplatzt. Ich habe nicht aufgepasst. Ich Ochs. So, waren das hier oben, ne? Da ja. Blöder Arsch. Da ist Warlock. Da ist er. Kommen Sie her, junger Mann. Kommen Sie ran. Das war's. Ja gut, es sind diese Anfängerquests, ne? Die gehen natürlich wesentlich schneller. Jetzt müssen wir Saucy oder was finden. Das ist ja voll die Questreihe hier. Wird ja irgendwie angezeigt. Nö. Wombit Bull. Ich würde sagen, wir laufen das nochmal großzügig ab. Müsst ja auch so'n fetter. So'n fetter ist, äh, wie sagt man noch? Dino sein. Äh, Rino sein. Nein. Wer bist denn du? Du bist ein Wombit Bull. Ich fang mal. Ich probiere das mal. Ui. Ein paar Herzen drin. Gleich drei. Da ist wer. Willst du das? Aber der hat keinen Namen permanent eingeblendet wie der andere. Wie auch immer, er ist kaputt. Das ist ein ganz normaler. Hm. Saucy, da ist er. Sehr gut. Ja, das sind die einfachen, einfachen Bosse hier, die in der Questreihe. Ich ärgere mich so'n bisschen, dass ich das jetzt erst so spät angefangen habe mit der Questreihe. Na ja, das ist mir in Ruhe. Na ja, egal. Besser spät als gar nicht. Die Erde können wir uns gebrauchen für neue Pflanzpötter. Nehmen wir mit. Hier müsste es sein, ne? Ja. Ja. Sticky Bomb. Sehr geil. Wir durch. Haben wir, haben wir erledigt. Haben wir, haben wir. Hier haben wir keine Quests mehr. Hier wäre noch ein Quest. Haben wir noch eins in der Nähe? Oben sind noch ein paar Quests. Aber ich glaube, wir müssen hier hin. Die haben nämlich auch noch Quests hier oben. Oh Gott, hier kann ich mich erinnern. Das war alle mit den Bienen. Oder diesen Leuchtwürmern. Was gibt's denn für ein Rezept? Thromberries. Bulga. A Wombat named Bulga. Den müssen wir finden. Also hier unten rechts hatte ich eingesehen, als ich hergekommen bin. Guck mal, die wollen alle, dass ich nämlich in der Umgebung irgendwelche Viecher töte. So waren ja auch die ersten Quests aufgebaut. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Hier rechts war ein bisschen großer. Wahrscheinlich ist das der sogar. Oder? Nicht. Du das? Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, nachdem wir hier langsam wissen, wie das mit den Quests abzulaufen hat, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Dann werden wir auch den anderen finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge von Crashlands. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.